hallo meine lieben herzlich willkommen auf dem server radsurfen ich habe meine berufung gefunden deshalb gibt es jetzt die neue reihe farmen mit kamen ja sumpf lang nicht so attraktiv ärztemäßig im verhältnis zu den strecken die man zurücklegen muss um an diese ärzte zu kommen mehr mehr zum questen ok aber ansonsten nur nur ein notwendiges übel angeln kann man da eventuell schön betrieben denn schwarz maul fische und so was würdiges schwarz maul und vorher vorher flossen schnappern wie heißt hat sie dann danach nach dem nach dem vorgebirge ach da Okay, sind die doch schon so groß? Ich hatte nicht eigentlich kleiner in Erinnerung. Wie sind denn die Moologs? Auch zwei, okay. Haben sie angepasst oder was? Dann ist ja gut, dann kriegen wir sogar noch EPs. Dann ist ja okay. Hier nehme ich alle Quests an, bis auf diese Schneiderei-Quests hier mit dem Umhang. Weil es sich nicht lohnt. Den Umhang, den der zuerst haben will. Ich weiß, hast du ein schönes Kleid für mich? Achso, ne, falsche Ecke, sorry. Dein Kleid brauchst du ja selber. Dann kannst du ja nicht so da rumstehen. Was sollen die Leute denken? Seid gegrüßt. Seid gegrüßt. Was ist denn schon für Arati? Siehe den Ehrenfreund. Okay, aber ist ja... Braucht ihr etwas? Von den Oberen? Seid vorsichtig. Oberen ist dann lustig, weil er hat sich sehen. Das kriegen wir auch noch schön Punkte. Die Punkte sind ja immer richtig. Öffnet euer Herz dem Licht. Was war das? Was sind die Symptom? Die Symptom besorgen da? Der da na. Hallo. Schön Tag auch. Erstmal. Das ist erstmal den Nullox. Und ich habe auch wieder eine Küchenquest. Das ist immer... Braucht ihr etwas? Da sind ja immer reichlich... Mögen eure Reisen sicher sein. Reichlich Plätze. Für so eine Küchenquest. Meistens. Das man braucht. Für die Zutaten. Die, die ewig lange wieder mitschleppst. Was war das Wort Italiener? Dann ist es da hinten noch. Hier noch die Bergläben. Wie geht's? Ja. Leder, Leder. Aber stärker und die Wirklichkeit, ne? Aber weniger Rüstung. Egal, erstmal. Schönen Tag auf. Ja, und Dankeschön. Dankeschön. So, wir müssen doch... Ach, drinnen, glaube ich, noch. Drinnen gibt es noch Quests. Oh. Wohl vor die Wand geschwafelt. Was kann ich für euch tun? Schleicher. Das Licht segne euch. Aha. Nee, den nicht. Was war ein Vertrag? Ach so, das ist hier die, die... Ich weiß nicht, auf einmal sind die dann da... ...und lassen die Quests dann fallen. Und dann greifen die an und dann... Ja. Ach so, sorry. Okay, dass ich hier... Das muss ich natürlich auch... ...spielen, sonst kriegen wir... ...unser... ...unser Fisch... ...ding's nicht... ...unser Fischbuch nicht... ...getroppt. ...getroppt. Okay. Nicht vergessen, wieder... ...oh! ...wieder umbauen. ...und es gibt so böse, böse Überraschungen. Da noch mal. Ach, ne? Oh, okay. Nun... ...denn. ...denn. Oh, ich glaube, du bist dann wie Kärschen. Oh, da habe ich��! Ah, da habe ich... noch mal nachher noch mal das gleiche und Ja, das ist hier. Ich bin außer Reichweite. Scheiße, das ist ja immer blöd. So schnell. Da können wir auch wieder skillen. Angeln. Okay, haben wir also noch Platz. Ich gehe noch schön ran an die Orakel. Das ist die gar nicht erst. Für irgendwelchen. Okay. Nee. Nicht. Nee, 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 nee. Nichts. Erst stören und dann wach. Nee. Nee. Gott sei Dank. Deshalb lohnt sich das. Deshalb lohnt sich das ja die Angel rauszuholen. So. Okay. Das nächste. Ist mir da wieder. Kann ich noch nicht wirken. Ja. 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 Also. Ja. Du hast ja raus. Ja. Du hast ja raus. warum Das legt immer noch auf. Ich kann das nicht plündern. Komm mal weg vom Orakel. 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 Was ist das? Ach so, kann ich nicht.